Die VCE-Analyse wurde auf der Grundlage von Daten aus Statistik Österreich gesammelt. Young, Menschen und Kinder unter 16 Jahren werden nicht in Zahlen gezählt. Nur 7% der Wiener Bevölkerung ab 16 Jahren fahren nie öffentliche Verkehrsmittel, während 41% nie ein Auto steuern. Die aktuelle Mobilitätsumfrage für Wien zeigte auch, dass 44% aller Wiener zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf ihre täglichen Wege im Vorjahr waren. Auf anderen Seite sitzen nur 26% der Menschen regelmäßig in Bundeshauptstadt im Auto. Die Wiener leisten somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, sagte der VCE. Seniorfreundliches Transportsystem wichtig in Wien ist die Wahl des Transportmittels genauso groß wie in jeder anderen Stadt des Landes. Dies ist auch wichtig, um die Klimaziele zu erreichen, sagte VCE-Sprecher Christian Grazer. Durch Österreich nur 3 von 10 Menschen nutzen häufig öffentliche Verkehrsmittel. Nach VCE-Analyse, demografischer Veränderung der zunehmenden Wärme und der Wende zu erneuerbarer Energie durch Sonne, Wind und Wasser verändern die Rahmenbedingungen. Nach den Statistiken für die Bevölkerungsprognose werden fast 228.000 Wiener 75 plus im Jahr 2040 und damit rund 64.000 mehr als heute gehören. Wichtig! Die Änderung in öffentlicher reduziert die CO2-Emissionen erheblich. Die Anzahl der heißen Tage mit mehr als 30 Grad hat in Wien bereits signifikant zugenommen. Die Hitze wird auch weiter steigen. Das bedeutet, dass mehr Schattenbäume und Grün in den Bezirken entlang der Straßen sind. Unsere Mobilität muss mehr Platz machen unter Spuren, sagte die VCE. Car-Sharing-Angebote Das Potenzial dafür ist insbesondere in Wien. Der Wechsel von Brennwagen zu öffentlichen Verkehrsmitteln verringert die CO2-Emissionen der Klimaversorgung durchschnittlich um über 80 Prozent, so die VCE fährt fort. Mobilitätspreis mit Motto Design the Future Now Um die positiven Entwicklungen zu berücksichtigen, begann der VCE den Wiener Mobilitätspreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien unter dem Motto Design the Future Now. Komponien-Unternehmen, Start-ups, Wohnungsbauten, Distrikte, Schulen, Universitäten, Initiativen, Einzelpersonen sind aufgefordert, Projekte einzureichen, die bereits zeigen, wie die Mobilität der Zukunft besser klimatisierter sein kann. Die ÜPB unterstützt den Preis.